Das war ja ein aufregender Morgen. Hier im DLR Köln ist die Originalkapsel, in der Alexander Gerst, Reed Weissmann, sein amerikanischer Kollege und Maxim Sorayev als Kommandant aus dem All zurückgekehrt sind, angeliefert worden. Man sieht also richtig noch die Spuren dieses feurigen Rittes durch die Atmosphäre. An der Kapsel innen drin auch noch die Ausstattung, ungefähr so, wie die Kosmonauten sie bei der Landung dann verlassen haben. Natürlich sind die ganzen Projektgegenstände entfernt worden. Ich habe sogar hier noch eine Sicherheitsschraube geschenkt bekommen, die also an dieser Kapsel angebracht war. Das steht jetzt für den Tag der Luft- und Raumfahrt für das Publikum, was uns hier in Köln besucht, zur Verfügung, zur Besichtigung, unglaublich eng. Also auch für mich wieder eine Bekanntschaft mit dieser sehr engen Kapsel, mit diesem Innenraum, in dem sich drei Kosmonauten mit ihren Raumanzügen zwängen müssen. Wahnsinnig spannend, aber mit Alexanders Flug natürlich auch eine sehr erfolgreiche Besonderung.